Was geht ab Leute, nur der Leute, Games hier und willkommen zurück zu der Division 2. Stimmen wir das Dach. Dass man die nicht leise und lautlos ausschalten kann, das finde ich ein bisschen doof. Ja, das geht nicht. Wie absolut schade das ist. Werf, oh mein Gott, oh shit über die, oh mein Gott. Profi-Granatenwerfer, ich sag's euch. Komm auch. Zu einfach, ich hab nicht sogar noch eine knocken können. So, ich hab Knieschonen erhalten. Die sind tatsächlich besser angelegt. Ich weiß trotzdem nicht, wo diese ganzen Gefahrgutscheißdinger sind, die ich aufgehoben hab. Komisch. Wer hat das doch direkt angelegt? Ich weiß es nicht. Perfekt, schon auf dem Dach. Keine Neustart-Zone, wir müssen vorsichtig sein, aber bisher geht's ganz easy. Let's do this. Let's do this. Ja, meine Worte. Nee, ich stimme da direkt rein. Das interessiert mich gar nicht. Ich bin so effektiv, was das angeht. Geil, dass ich die Shotgun hab. Hier am Treppengeländer, komm, duck dich. Der haut der einfach ab. Wow, 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 wow. Tja, die hauen alle ab, das ist nicht gut. Vielleicht macht's ja irgendwie Schaden. Hergeblieben. Hast du das interessantes Zeug mal für mich? Nope. Wie man die jagen kann, ey, absolut geil. Rucksack. Kann ich die nicht direkt anlegen? Ja. Eine Tasche über mir. Perfekt. Oh fuck. Ja, 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 ja. Keine Granaten mehr, ist ärgerlich. Oh, da ist nicht mehr Filmentdeckung. Oh. Uiuiui. Ja. Absolut geil. Absolut geil. Nehmen wir alles mit, gucken wir uns gleich an. Grün ist aber schon mal gut. So, dann mal gucken. Besserer Handschuhe. Gut, ich muss zu diesem komischen Fuzzi noch mal gehen, der eine neue Fähigkeit gibt. Gut gemacht's. Eine Waffe hat ich, glaube ich, glaube ich, noch. Oh ja, aber, hm, ist so mein Ding. Vielleicht als Pistole? Ah, geht leider nicht. Oh, erst mal auffüllen. Dann soll ich mal unten ein bisschen Party machen. Na, diese Ladezeiten. Ja, 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 ja. Ich finde euch alle. Hier bleib ich jetzt erst mal kleben. Dann machen wir alles fertig. Scheiße. Man kann nicht da durchballern. Ah. Komm raus. Mega gut. Absolute Belohnung. Fertigkeitspunkt. Wir müssen zurück. Schön. Schonkmunition. Oh, wie kann ich die denn ändern? Oder habe ich die automatisch? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zurück. Oh, Stufe 3 ist schon. Die kleinen hier, ey. Run and gun. Oh, das ist ein Mal. Oh, das ist ein Mal. Oh, das ist ein Mal. So, starten wir einen Besuch ab Und dann versuchen wir mal irgendwie aufzudingsern Die Fähigkeiten Kann ich hier auch hochklettern? Ja, geht sogar richtig schnell Gott, so viel nehmen, Monsieur Ich weiß nicht, ob die wirklich so wütig sind Es ist worse than ever, Odessa Wir sind gar nicht zusammengehalten Was soll ich tun? Help uns! Ich bin helfen Ich bin helfen Just nicht wie Sie wollen mich zu Wir brauchen Sie da wieder Ihr leg würde nicht stoppen Sie Es ist nicht das Ich weiß, es ist nicht Aber wenn wir fail All right All right We could probably spare some people I'll be outside I'll be outside Oh yeah Oh yeah Ja, das ist das Logo Perfekt Ein bisschen erkunden sollen wir auch Cool Auch gut Kontrollpunkte erledigen Und neue Ausrüstung kassieren Und neue Ausrüstung kassieren Haupteinsätze abschließen Dann können wir aufbauen Durch den Abschluss Das ist geil Die Plattform brauchen wir nämlich Neues Personal Okay Ja Nicht so interessant Ja, diese Technologien brauche ich unbedingt Ich hoffe, wir können auch mehr als zwei tragen Okay, ich soll jetzt wieder zurück zum Safehouse gehen Wäre ganz cool, wenn ich das hier schon machen könnte Aber ich glaube, ich habe hier so einen Typen nicht Die Mission hat auf jeden Fall geholfen Dass hier mal richtig Leben in die Bude kommt So Wir haben auf jeden Fall so einen Kontrollpunkt Ah, ich muss zurück zum Safehouse, ha Ich habe hier, glaube ich, keinen Fertigkeit-Typ Den Mission möchte ich erstmal nicht machen Die mache ich meistens später Oder ich muss zur Operationsbasis Ja, sieht mir ganz stark genau aus Erstmal zum Safehouse Gucken wir da, was da abgeht So Wie wäre es, wenn wir den Kontrollpunkt vielleicht noch nehmen Ist gar nicht so weit weg 200 Meter ungefähr Gesocks ist da auch schon Zwei nur Zu einfach Es gibt leider keine Nahkampfangriffe großartig Doof Das mit dem Kontrollpunkt sollte ein Klacks sein Oh, shit Genau Reingelaufen Ha, ha, ha Boom Oh, shit Die haben sich gestimmt, oder was? Oh, oh Eine Schockmunition wird Oh, fuck Oh, shit Die Granate Egal, ich habe vier, glaube ich, auf Emma ausgeschaltet Die laufen ja auch nicht weg Boah, gib mir die Granate Bin ich hier schon in dem Gebiet? Ja, aber wie schieße ich dieses Ding ab? Keine Ahnung Übernahme einleiten Vielleicht kennen wir einfach alles, was sich hier bewegt Das ist, glaube ich, ein Hund, oder so Ja, hier soll es rund gehen, oder? Ha, kein Hund Da oben Ja, hier Let's party Aber den Haupteinsatz müssen wir immer noch hier leiten Ich bin schon drin, bevor die überhaupt wissen, was abgeht So, von unten kommen auch noch welche Stark sind sie Oh, ich bin zu tief drin Ich bin zu tief drin Wow Das macht gar nichts, irgendwie, ey Noch mehr Tatsache Klar, renn die hier genau Bleib unten Oh, Handschuhe Bleib stehen Dann Oh, reicht langsam, oder? Alter, runter, runter Wieso? Oh mein Gott Ja, ich kann hier nicht bleiben Ja, das war mir klar Kacke, muss ich am Theater neu starten? Ach, doof Ja, das ist mega doof Boah, sehr geil Mich war doch fast fertig Hab ich meine Waffe? Nein Wollte schon sagen Ich hab's nicht markiert Markieren wir uns die Position nochmal Sagt er mir, ich soll da lang gehen, vorher bin ich hier lang gegangen Egal Ich muss das nochmal von vorne machen Was macht der denn hier? Oh yeah Kann ich nicht irgendwie abkürzen Ah, man findet immer was Neues in den Gassen Habe ich hier sogar Verstärkung bekommen schon? Ah ja Wir können das weiter machen Schon unterwegs Wir sind zurück Knieschoner Knieschoner Lassen wir mal da Stimmt nur einer hoch Das war noch dieser Richtig heftige Wer hat euch Schießt Ich glaube ich bin viel schneller, wenn ich hier Walla Gut Das kleine gehört uns Kontrollpunkt Officer benötigt Da ist ein Vorratsraum Kann aber nicht mehr Keine Medikids mehr mitnehmen Sollen wir uns angucken Oh ja Aber schlechter als meine jetzige Obwohl das ist eigentlich gar nicht mal Oh, die Waffe ist richtig gut Anlegen Und hier haben wir auch irgendwas Das sollte ich aber nochmal vergleichen Oh shit Einfach mal mitnehmen Ja Können wir direkt anlegen Hat sich nochmal gelohnt Ähm Das hat ja bestimmt meine Shotgun ausgetauscht Super 90 Ey 784 zu Machen wir die Da Oh mein Gott Macht die viel Schaden Ne Die muss ich behalten Auch nicht schlecht Dann geht das wieder runter Und das wieder runter Lassen wir es so Das ist die Shotgun Nö Das ist auch eine Shotgun Ja Dann bleiben wir hierbei Okay Dann geht es weiter Wir haben nochLa 그랬ung Wir sehen Wir sehen Vielen Dank.